Schatz, übertreib du dich, Schatz, bitte! Verpiss dich, du verlogene Stück Scheiße! Bitte, warte doch mal auf, Schatz! Komm nie wieder hin, verpiss dich zu deinen anderen B***! Warte doch, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht! Mach du dich so, Schatz, mach du dich so! Ich will dich nie wieder hier sehen, du dreckiger F***! Schatz, ich lieb dich! Jo, was ist los? Bruder! Was ist schon wieder passiert? Was hast du schon wieder gemacht? Was hast du schon wieder gemacht? Siehst du noch, Bruder, die hat mich rausgeschmissen! Siehst du? Siehst du? Du hörst nie auf mich! Du hörst nie auf mich! Guck mal, was passiert! Guck mal! Jetzt bist du am Boden, am Beinen! Ich liebe sie! Jo, mach auf die Weine, mach auf die Weine! Ich mach auf! Ich mach auf! Komm auf zu weinen! Jo, mach auf zu weinen! Ach! Hör einmal auf mich! Du hör mal auf zu weinen, Mann! Komm auf zu weinen! Ich vermiss dich! Du hörst nie auf mich! Du hörst nie auf mich! Wir müssen das Ding jetzt durchziehen! Der Bruder kommt! Von Anwar Dibawi ist das Ding. Damit knacken wir alle Frauen. Damit wir keine Frauen mehr schnappen, verstehst du? Anwar Dibawi, das Buch? Anwar Dibawi ist ein Genie. Der ist schon in der Zukunft. Wir sind noch in der Vergangenheit. Aber wir können doch nicht nachmachen mit dem Buch, oder? Wir machen doch nicht nach. Er hat uns doch das vorgelegt, damit wir das nehmen können. Verstehst du? Das Buch hat er für uns gemacht. Wir geben ihm doch die Props. Aber wir benutzen das Buch. Hallo mein Schatz. Schöne Rosen für die wunderschöne Rose. Du bist aber süß. Du hast dich ja echt verändert, ja? Ja, natürlich. Ich habe mich komplett verändert. Ich bin rausgeschlüpft und bin in eine andere Person reingeschlüpft. Komplett. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Du kleiner, dreckiger Lügner. Ich habe diese langen Haare gestern in deiner Jacke gefunden. Wo warst du gestern Abend? Ich bin auf meinem Mund da. Ich habe nichts gemacht. Jetzt glaub mir. Ich war bei eurer Nice zu Hause. Ich war bei eurer Nice. Ich war nicht bei einem Mädchen. Ich habe keine Ahnung, wo die Hände gekommen. Wir haben, wir haben, wir haben FIFA 23 gezockt. Papp, papp, papp. Ich hab's hochgeschossen. 3-0. Frag den. Danach, danach, danach waren wir im Kino. Wir waren im Kino. Wir haben einen Film geguckt von Kevin Hart. Von Kevin Hart. Wir haben richtig viel gelacht. Der war so lustig. Genauso hab ich gelacht. Ich mach meine Mutter. Ich ruf den an. Ich ruf den an. Warte mal. Lautsprecher. Schieß. Schieß auf dich. Schieß auf dich. Schieß auf dich. Schieß. Warte gut. Warte gut. Warte gut. Jo, Bro, 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 Bro. Jo, Bro. Jo, aneis, Bro. Was geht? Bro, schieß auf. Schieß auf. Ah, ich will Tobi in dir, Mann, ja? Jo, aneis, red mal. Schnell. Es ist wichtig. Was ist wichtig? Ich muss das Ding gestorben in dir. Was ist los? Was ist wichtig? Ja, Bro. Was geht? Ja, Bro. Was geht? Hiermit ist der Brudercode für euch beide Gesetz. Das hier. Das ist der Schiff. So, von euch beiden jetzt einmal die Unterstift bitte. So, jetzt könnt ihr euch verpissen. Oh, 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 oh Miriam warms! Was ist los ok?! Erzähl! Always gut! Hanares Bruder wo war ich denn gestern Abend. Wieee!!! Wur waren wir gestern Abend... wo waren wir eben bei? Wieee купiert... Äh, gestern Abend haben die bei mir Plässerchen gezockt. Siehst du, Schatz? Ich hab's doch gesagt. Hast du gesehen? Hast du gehört? Welches Spiel? Was habt ihr denn gezockt? Äh, gestern Abend, was wir gespielt haben. Was wir Spiele gespielt haben. Äh, wir haben gespielt, äh... Ja, aber was haben wir denn gespielt? Meine Schulter juckt. Sind wir wieder? Ja. So, so, so. Wie schön. Gestern Abend haben wir FIFA 23 gespielt. Hast du, hast du wieder gehört, Schatz? Ja. Warum glaubst du mir nicht? Warum? Ich sag doch die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Ich bin loyal. Okay, okay. Und was habt ihr nach dem FIFA-Zocken gemacht? Was wir nach dem Zocken gemacht haben? Äh... Äh, wir haben... Jaja, klar, klar. Bruder, sag mal, was haben wir denn nach dem Zocken gemacht? Mercedes Maybach. Wir warten. Wir warten. Ja, hallo? Bobby, Bobby, ich brauche deine Hilfe. Ja, weißt du denn schon wieder, ja? Im Buch fehlt was, im Buch fehlt was, ich brauche deine Hilfe. Bitte, bitte, das ist sehr, sehr dringend, bitte, schnell. Ja, aber ich gebe keine Bücher mehr raus. Ich will kein neues Buch, bei uns fehlt was auf der Seite. Ja, dein Pech, würde ich sagen, oder? Bitte, Bobby, bitte, hilf uns, bitte, das ist sehr dringend, bitte. Boah, 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 Schatz, wir sind letztens Maybach gefahren, boah, da war voll, komplett Leder. Wahnsinn. Boah, ihr seid voll wie Nervensäge. Ja, Mercedes Maybach, Mercedes Maybach. Okay, wo haben wir es denn hier, äh, da, 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 da. Mercedes Maybach. Mercedes Maybach. Und wir waren im Kino und haben einen Film geguckt. Von Kevin Hart. Danke, Bobby, danke. So, und jetzt ruf nie wieder an, du Spasti. Ja, Bruder, äh, Bruder, ich höre, ich höre. Sorry, sorry, Dings, der Lieferant hat, äh, sein Ding hat vergessen. Ähm, auf jeden Fall, äh, gestern, nachdem wir gezockt haben, FIFA 23, fand ich, wir waren im Kino und wir haben einen Film geguckt, von Kevin Hart. Ja, äh, äh, ich hab's, hast du das gehört? Ich hab doch gesagt, ich bin treu wie ein Hund. Ich dachte, ich bin ein Hund. Bruder, komm. Glaub mir doch einfach, ich bin treu, Schatz, ich... Ja, okay, tut mir leid, Schatz. Ich bin ein guter Junge und ein guter Mann. Ich geh mich umziehen, ja? Ja, okay, mach das. Ey, sag mal, was ist das hier? Äh, der Pulli ist von, äh, Luisa, Luisa. Willst du mich verarschen? Was für Luisa? Das ist ein Männerpulli. Ja, ja, äh, der ist von ihrem Bruder. Von ihrem Bruder, ja. Ruf die mal jetzt an. Wie? Ich soll die anrufen? Ja, du rufst die jetzt an. Ja, okay. Ja, okay, ich ruf die an. Lautsprecher. Ja, okay, okay. Hey, Schatz. Hey. Deine Haare sind echt gut geworden. Echt? Danke dir. Luisa, deine Haare sind echt gut geworden. Äh, danke? Deine Haare sind echt gut geworden. Fuck. Hallo, hallo, sorry, Schatz. Sorry, der Nachbar war hier. Sorry, endlich, das hat ein bisschen gedauert. Alles gut. Sag mal, äh, wen gehört der Pulli, der auf meinem Bett lag? Ich liebe dein Parfüm. Äh, ja. Pulli, Pulli, Pulli. Ja, Pulli. Auf deinem Bett? Ja, genau. Ich liebe dein Parfüm. Ja, der Pulli, der ist von mir. Der gehört meinem Bruder. Siehst du, bist du jetzt zufrieden? Sag doch, der Pulli gehört ihr. Was war das? Meine Ahnung. Na egal, Schatz. Ich geh mal, ich geh mal unter die Dusche, ja? Okay, okay. Mach das. Bruh. Ich geh mal unter dich. Ja, ich geh mal unter dich. Mach da, weil Schatz,uo noi. Achso, wo dann's los. Du hast dich, wo du dennst noch nicht Australisch für das, du aberlove. SiX, holllich. Hals gleich zu certification und medium noch eine Fabrik von peter Gatenöste ask, Ja, weißt » Oh v Bolt mich auf Number einer ynn play, und bleiben Sie zum Beispiel verid Schatzka.